Hallihallo Hallöle und herzlich Willkommen zu Exos Zockt PixArk, hier im Frühschoppen mal wieder in Farbe, in Bunt und in der Kulöre natürlich und wir waren beim letzten Frühschoppen ja dabei gewesen, den Grundbau des Gebäudes fertig zu machen. Hm, ja, den Grundbau des Gebäudes, also muss ich erstmal kurz mal gucken, ob das jetzt hier alles wieder richtig an ist, was ich hier eingestellt hatte. Okay, das hat er sich behalten, hat er sich auch den Tag behalten? Ich weiß gar nicht, wo der Tag jetzt mehr war. Szene, ja, hat er auch behalten, okay, jetzt hat er sich jetzt gemerkt, es war früher, dass die Einstellung sich nicht gemerkt hatte, sehr gut, ich muss mich also nicht mehr darum kümmern. Einzelspielmodus, ja, lädt immer noch ruhigerweise, da müsste Laden drin stehen oder, naja, keine Ahnung, warum die das so gemacht hat. Ja, Maya Müller ist wie gesagt mittlerweile Level 48. Gehen wir mal rein, das ist immer noch die Welt Pre-Stream, ja, weil wir diese Welt immer noch spielen, die wir gespielt haben, bevor das Spiel überhaupt released war. Ja, genau. So, Laden war natürlich auch das. Ja, heute geht es darum, dass wir versuchen wollen, versuchen wollen, ja, die geile Hütte weiterzubauen. Genau, darum geht es heute. Patrick, moin Exos, moin Patrick, herzlich willkommen hier im Frühschoppen-Stream. Du hast pünktlich dazu eingeschaltet, du hast noch nichts verpasst, wir sind gerade beim Laden der Welt, wie man hier sieht. Der endgeile Ladescreen mit Animation, mit Film-Grain und Sonstiges, da haben die sich schon was einfallen lassen, naja. Ja, ja, so läuft das da. Mann, 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 Mann. So, ich muss mal gucken, ob auch mein Bot noch funktioniert oder ob der Bot Gute Nacht gesagt hat. Jo, der Bot funktioniert, funktioniert auch der andere Befehl. Okay, äh, ja, ich werde irgendwann mal neue Befehle eingeben. Es können auch gerne Befehle vorgeschlagen werden, vielleicht irgendwelche Quotes oder sowas. Ja, ich weiß, mein PC schreit mich ja auch immer an, äh, wenn ich eine Mail bekomme. Wieso sagt dein PC dann so, ey, du, du hast Post! Nicht so wie früher, so, gab es ja früher damals eine schöne, leicht erotische Stimme, und das war ja damals von AOL gewesen. Sie haben Posts! Das waren auch andere Zeiten, das waren noch, das waren noch die, die späten 90er Jahre. Ja, ja, ja. So, wie wir sehen, haben wir noch unsere Mücke hier auf den Schultern, äh, die sich dann Navi nennt, äh, Anlehnung an, 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 an Zelda. Ja, manchmal gibt's Zelda. Äh, wieso kann ich hier nicht laufen? Spring geht. Okay, jetzt geht auch laufen. Sehr merkwürdig. Warum das so ist, weiß ich nicht. Äh, ach ja, den Turm müssen wir ja auch noch fertig stellen, sehe ich gerade. Oh, ja, der Turm. Und, äh, wie gesagt, immer wenn ich hier auf dem Dach rumtingel, da muss ich knallhart irgendwie an Dark Souls denken. Äh, da gab's ja auch einige Dinge, wo man dann Eifel Deshalomielu guckt, ne? Äh, der eine oder andere Dark Souls-Spieler weiß schon, was ich meine. Gut, also, äh, was hat er gesagt? Ja, genau, den Turm. Der Turm, der deinen Namen trägt, alle Zeiten. Ja, da brauchen wir auch eine L-L-L-L-Leiter. Ja, wir brauchen so einiges. Wir brauchen eine Leiter und sonstiges. Ich würde mal sagen, hier machen wir auch eine erste Ebene rein. Das heißt, hier machen wir die Leiter hier am Rande, da hoch. Dann machen wir eine Ebene hier rein. Und der Captain Incoming Message habe ich als Custom Sound bei Thunderbird drinne. Ja, war immer witzig, in Dark Souls über die Dächer zu klettern. Oh, ja, auf jeden Fall, Mann, habe ich ja damals über die Dächer geklettert. Das war ja so der Hammer gewesen. Oh, aber damals ist ja auch gar nicht so lange damals lange her. Ich selber bin ja zu Dark Souls relativ spät gestiegen. Hab's aber genossen. Ich hab's fast in die Kulissen gebissen vor Freude. So war das gewesen, ne? Dark Souls fand ich aber persönlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, gar nicht so unendlich schwer. Viele sagen ja immer so, ja, Dark Souls ist so unheimlich schwer und es ist ja kaum schaffbar. Und das ist ja die Herausforderung erster Kaiute. Ja, so, Holzwand. Die brauchen wir, die Holzwand. Und dann muss ich kurz mal nachgucken, ob wir schon verschiedene Leiter-Elementos haben. Die Tür ist hier zu, oder was? Achso, das sieht so komisch aus, weil die... Na, okay. Das sieht so seltsam aus. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ne? An so eine Glaswand. Die kommt aus dem Osten, das war Glasnosten. Und dann wollte ich hier auch noch ein paar Lampen hinstellen. Ja, 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 so war es gewesen irgendwie. Ein paar Lampen noch mehr, also hier für diesen inneren Bereich, dass wir hier noch ein bisschen heller haben. Und dann bin ich ja noch am überläschen, ob wir hier die Wand austauschen komplett. Das ist ja noch diese normale Standardwand. Und die Decke sollten wir dann, denke ich, dann aber auch machen. Oh Gott, wir haben hier noch richtig viel Arbeit drin, ne? So, dann wollen wir mal schauen, haben wir dann hier irgendwo die Leitern. Genau, da haben wir die Leiter. Das sind Steintreppen. Eigentlich müsste das Leiter heißen. Weil eine Treppe, jetzt mal ganz im Ernst, eine Treppe, ist das da? Was für Lampen willst du machen? Ich denke an die hier. Die sogenannte Verkehlenlampen. Da wollen wir mal nicht lange verkehlen. Also das ist eigentlich für mich eine Treppe. Da steht auch Steintreppe. Und da steht dann auch Steintreppe. Warte mal, sieben. Sieht ihr? Das ist sowas. Ich würde mal sagen, das ist ein Übersetzungsfehler, oder? Dass die keine Ahnung haben. Weil da steht ja auch Steintreppe. Da sieht man es, Steintreppe. Warum steht da Reparieren? Habe ich die einmal beschädigt, oder was? Hier ist nichts Beschädigtes. Ist dies beschädigt? Die nicht? Dies beschädigt? Die Ene ist beschädigt. Wer weiß warum? Keine Ahnung. Ah, also nichts Elektrisches. Ja, mir ist jetzt erstmal nichts Elektrisches aufgefallen. Geil wäre, wenn man auch solche... Es gab mal im Ark Survival... Seit wann gibt es denn Leitern? Die Leitern gibt es schon eine ganze Weile hier drinnen. Die gab es auch schon im Prerelease. Die Leitern. So, jetzt wollen wir mal hoch. Achso, ja, die Kristalle. Genau. Also es gab mal in Ark Survival... So, ähm... So Kristalle. Die sahen nicht nur unheimlich geil aus. Nee, mit diesen Kristallen konnte man dann auch... So schöne Beleuchtungen machen. Ohne extra Strom zu installieren und so. Das war echt nice gewesen. So. Die Gegend jetzt da hoch. Achso, mit E hochklettern. Okay. So, jetzt haben wir da unseren Höhepunkt erreicht. Jetzt müsste ich dann auf die 6 theoretischerweise... Ach, das geht nicht. Da brauche ich wieder Dachelementen. Das ist ja komplizierter bei diesem Spiel hier. Mit diesen... Äh, komm, geh mal weg hier. Mit den verschiedenen Elementors. So, Holz, da brauchen wir dann. Machen wir mal hier hin. So. Ach, das müssen wir bis dann dorthin setzen. Sonst hat er keinen Einrastpunkt. Also in der Hinsicht ist das Spiel teilweise... Ja, okay. Ist eigentlich gut so. Warum will er da jetzt nicht einrasten? Weil ich wieder auf dem falschen Element bin. Nääääh. Ach, F, nicht E. Mann, ich bin blöd. So, jetzt neun. Jetzt, genau. Jetzt ist es richtig. Ja, es ist noch früher Morgen. Ich muss mich mal wieder konzentrieren. Ich hab zwar schon Kaffee gedruckt, ein bisschen gefrühstückt und so weiter, aber... Ihr wisst ja, wie das ist. Hä? Wenn man alt wird, hä? So wie ich halt bin. Ich bin ja dann halt nicht der Jüngste. Äh, da ist das ganz normal. Der heller Wahnsinn, sozusagen. Hä? Im Pix-Ark gibt es ein Windrad. Das reicht für Lichter. Äh, dass man nicht immer einen Generator am Laufen haben muss. Im Pix-Ark gibt's ein Windrad. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht an den Turm hier ein Windrad dran machen. Auf der Innenseite oder so. Also, schauen wir mal. Das wär ja glatt ne Idee. Dann müssen wir ja mal kicken, hä? So, bauen wir erstmal Wand. E-W-A-N-D. Und, äh, quatsch nicht die W-A-N-D. Wir brauchen das Dach. Genau, das Holzdach brauchen wir. 84 Stück. Ne, so viel brauchen wir nicht. Wir machen mal 40 Stück. Das sollte erstmal genühen. Beziehungsweise, das ist eigentlich viel zu viel. 20 Stück reichen vollkommen. Dann machen wir noch Wände. Die brauchen wir auf jeden Fall. W-A-N-D. Und da machen wir dann einfach mal den Rest herstellen. So passt das. Dann haben wir jedenfalls davon ne Menge, davon ne Menge. Dann ist das ganz schön. So, jetzt brauchen wir die Nummer 9. Okay, dann brauchen wir die Nummer 7. Dass wir hier hochkommen. Und jetzt brauchen wir die Nummer 6. Ja, Nummer 6 lebt. Kennt ihr den Film? Ne, ich auch nicht. Dann heißt Nummer 5 lebt. Das hab ich euch verarscht. So. So, jetzt gehen wir hier mal eine Etage höher. Die hat Etage gesagt. Ist das ein Franzose oder was? Ne, bin ich nicht. Und jetzt gestaltet sich die Turmgestaltung gar nicht mal so schlimm, ne? Oh, wir werden hier noch eine Menge Material brauchen. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier gestaltet haben. Ein Turm. Ein Turm, ein Turm, ein Turm. Wir werden mal gucken, dass wir da noch ein paar Fenster reinkloppen. So theoretischerweise. Können wir sogar direkterweise Glasfenster machen oder sowas. So, eine machen wir noch höher. Und dann kommt da Plattform oben rauf. So mit Zinnen und sowas. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Oder mit so einem Zäunchen oder so. Gebt ihr immer Möglichkeiten, ey? Dann müssen wir ja doch die Möbel machen für drinnen und so weiter und so fort. Die ganze Ausstaffierung. Aber das wird doch eine ganz schöne Nummer werden, ne? So, das heißt, jetzt brauchen wir mal die Taste 9. Halt, noch nicht. Erstmal die Taste 7. Genau, dann gehen wir von da hoch. Was jetzt sozusagen gegenüber hier liegt. Dann brauchen wir dann nochmal 9, wie gesagt. Und hier kommt dann der Plattform hin, ey. Bisschen Konzentration dabei. Nicht, dass ich jetzt hier gleich runterfladder. Das wäre sehr unangenehm. Oh ja, das wäre wirklich sehr unangenehm. Oh ja, das wäre so unangenehm. Ich bin fast am überlegen, ob ich das Flattervieh... Wo ist er denn? Da hinten. Da. Ne, Quatsch. Da hinten. Ne, hä? Wo ist er denn hin? Welche Seite? Ach, da hinten. Das war den Flattervieh hier oben parken. Dann ist er direkt auf dem Turm. Hier oben ist er richtig safe. Da kann ihn keiner erhören, hä? So in der Art, hä? Wäre doch eine Überlegung wert, hä? Das heißt, dann müsste ich hier die Plattform etwas größer bauen. Mach ich sowieso. Dann kommt hier ein Futterdruck hin. Und so weiter und so fort. Dann ist das alles super. Und dann... Hier heißt das immer so schön, gib ihn ein, hä? So, Nummer 9. Das Freie ist natürlich... Ja, bei Minecraft geht das ganz einfach. Da springt er so kurz immer. Jetzt habe ich es kurz gehabt. Da ist es. Oh Gott. Ei, 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 ei. Also das ist bei Minecraft der Bässe komfortabler, hä? Vor allen Dingen bei den ganzen Skyblock, was ich immer gespielt habe. So. Mann, was habe ich Minecraft Skyblock gesuchtet? Ein Spielmodi, was meine bessere Hälfte nicht verstehen kann, dass man das so oft suchtet. Aber so unterschiedlich kann das dann halt sein, hä? Nur weil man verheiratet ist, heißt das noch lange nicht, dass man die gleichen Spiele unbedingt spielt und die gleichen Spielmodis mag, hä? Oh, komm, ja, ja. So. Jetzt fehlen uns nochmal Dar-Elementos. So, das heißt, äh... Wir klettern mal runter. Finde ich ganz gut gelöst mit dem Klettern, dass man hier sauber E drücken kann und dann runterkommt. So. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich für das Dach alles brauche. So, das hier brauchen wir erstmal nicht, die Holzwände. Das machen wir mal raus. Das machen wir auch nochmal raus. Wir brauchen für das Dach Elemente. Was brauchen wir denn da? Auf jeden Fall Stroh. Holz habe ich noch hier noch dabei. Also, wir brauchen Stroh, Stroh, Stroh. Äh, ja, Skyblock habe ich auch eine Menge gespielt. Ist zwischendurch ganz witzig. Musst du bei mir mal auf den YouTube-Kanal gucken. Äh, hallo, Navi. Warte mal, Navi. Äh, wie viel Essen hast du denn noch? Du bist hier noch ganz gut gesät. Ich passe mal auf. Du bleibst mal hier. Äh, Folgen deaktivieren. Äh, aggressiv. Aggression durch Schaden zu neutral. Und du bleibst bitte hier. Wo gibt es denn hier? Waffen deaktivieren. Zieländerung vom Mittel. Name ändern. Zu passiv. Was ist los? Was sind das für komische Animationen gerade? Regnet das hier gerade durch oder was? Das sieht komisch aus. Hä? Wenn ich so gucke, nicht. Wenn ich so gucke. Seht ihr das? Das ist, glaube ich, die krude Lichtengine hier. Das sieht seltsam aus. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hm. Na gut. So, was habe ich gesagt? Stroh brauche ich. Stroh, Stroh, Stroh. Stein. Erde. Sand. Lehm. Äh, Flint. Marmor. Sowieso. Faser und Stroh. Faser und Stroh. Da ist nichts drin. Sieht nach Schattenfehlern aus. Ja, ja. Definitiv ein Schattenfehler. So, dann können wir mal bauen. Was habe ich gesagt? Dach. D-A-C. Da haben wir es. Da ist das Dach. Bauplan Holzdach. Danke sehr. Ja, machen wir mal nochmal 40 Stück erstmal. Ist ja nicht ganz verkehrt. Wenn wir dann noch mehr brauchen, dann können wir immer noch welche bauen. So. Und es geht hinauf. Es geht hoch hinaus. Mittlerweile ist das Gebäude doch recht gewachsen. Vor allen Dingen, was mir gefällt, dass ich hier nochmal umstruktiviert habe. Hier mit diesen Dachelementen. So, das ist so ein Teil, wo ich sage, wow, geil. Habe ich mir echt nochmal Mühe gegeben. Was war denn das gerade für ein Animationsteil? Du hast gerade was durchgeguckt. Komisch. Sehr komisch. Ja, ja. So. Einmal hier hin. Ach, der hat da durchgeguckt. Hallo, Flugsaurier. Es ist ja schön, dass sie hier mein Dach besuchen. Es wird Zeit, dass ich hier eine AK habe oben. So. So eine automatische Flak oder sowas. So. Jemals mal hier hin. Einmal, zweimal, dreimal. So. Dann kommt die Seite hier ran. Genau. Das passt schon mal. So. Jetzt ist das hier. Jetzt ist die letzte Seite, die noch gemacht werden muss. Oder? Das ist die Wand. Das ist die erweiterte Wand. Das ist einmal so komplett rum. Wollen wir das noch größer machen als Plattform? Ich denke ja, einen können wir noch machen. Einen können wir noch machen. Machen wir auch noch einmal. Also. Wir machen nochmal einen größer. Dann haben wir mal eine richtig gute Plattform hier. Also. Das ist nochmal die Seite. Seite 1. So. Dann kommt Seite 2. Ja, 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 ja. Okay. So. Das war Seite 2. Dann kommt Seite 3. Das ist der Vorteil, dass man sich hier nicht großartig verbauen kann, weil die Teile alle Einrastpunkte haben. Das ist so gewissermaßen der Vorteil gegenüber von meinen Kräften. Ist aber auch gleichzeitig der Nachteil, weil das immer so ein bisschen nervt, die einzelnen Teile zu bauen, ne? Gibt immer ein Für und Wider. Ja, kannulis. Moin, kannulis und herzlich willkommen hier im Frühschoppen-Stream bei einer Runde Piksack. Ja, in der Welt der Saurier, wo wir uns eine schöne Überhausung bauen. Jetzt sind wir gerade beim Turm hier. Der Turm bekommt eine Aussichtsplattform. Dann habe ich beschlossen, dass ich meine Flugsaurier hier rüber schalembe und sage, ja, Flugsaurier wohnen mal hier. So, wir brauchen noch drei Dachteile. Drei Dachteile. D, A, C. So, da haben wir es. Da haben wir das Dach. Geben mal die Menge 3 ein. Bauen den. Und schick. Ist. So einfach ist es manchmal. So, Taste 9 gedrückt, damit wir es wieder haben, das Teil. Das Game sagt mir nichts. Das Game sagt mir nichts. Das ist ja mein Hammer. Also, Piksack ist ein Spiel, was entsteht, wenn Papa Minecraft oder Mutter Minecraft, je nachdem, wie man es sieht, und Papa bzw. Mutter Ark Survival ein Kind bekommen. Es ist aber noch ein bisschen Dark and Light drin. Also ist auch noch. Also, ja, da hat hier immer noch anderes mit reingeschaut. Oh Gott, das klingt jetzt so verkehrt. Oh Gott, das kann nicht mehr sein. So, dann brauchen wir natürlich hier einen Zaun. Zaun, Zaun, Zaun. Ich muss mal gucken. Zaun. Was haben wir dann da für Zäune? Wir hätten da einen Holzzaun. Wie viel können wir dann direkterweise herstellen? 100 Stück. Da brauchen wir nicht 100 Stück. Das sollten 40 reichen. So, dann mal herstellen. Zäune, 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 Zäune. Gehen wir mal hier rauf. Gib mal die Taste 6. Danke sehr. Und jetzt bauen wir mal die Zäune hier rauf. Das habe ich natürlich gleich verbaut. Ist natürlich Klärchen. Also, jetzt muss ich mal gucken. Kuh, Kuh, Kuh. Warte mal, war der Inreder schon richtig gewesen? Dann rotieren wir mal die Schose. So, dann machen wir natürlich auch gleich mal hier einen Rind. Guten Abend zusammen. Guten Abend zusammen. CJ Koppel, 1978. Oh Mann, ist der Mann jung oder die Dame? Ich möchte auch so jung sein. Ach, 78 ist so. Hätte ich jetzt noch kein Rückenproblem und solche Geschichten. Oh Mann, das waren Zeiten gewesen, als ich noch jünger war. Oh ja, das war eine geile Zeit. Leute, ich gebe euch einen Tipp, werdet nicht alt. Oder nee, doch, alt dürft ihr werden. Ihr dürft nur keine Krankheiten bekommen. Das ist das Problem. Ja, ja, das ist das Problem. Also, alt dürft ihr werden. Ihr dürft nur keine Probleme kriegen. Ja, das ist, glaube ich, eine durchaus gute Aussage. Die kann man so nehmen. So ist das so richtig rum? Ich hoffe, ja. Nee, das ist jetzt aus. Nee, das ist richtig. Das muss ja so sein, weil dieses Zaunelement so ist. Gut, dann gehen wir mal so rum. Ja, das hat das wieder hochgebaut. Obwohl, es sieht vielleicht nicht verkehrt aus, wenn es so abwechslend hoch ist. Wir müssen mal gucken, ob das sie mit... Ja, das können wir so nehmen. Das sieht geil aus. Gut, dann ist der Chick so. Das lassen wir dann direkt da mal so aus. So, das ist falsch. So ist richtig rum, ja. Äh, jung, ich fühle mich wie 80. Okay. Ja, 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 das gefühlte Alter, wa? Das gefühlte Alter kann fies sein. Ja, ja, das gefühlte Alter. Das ist... Das ist oft brutal. Ich kenne das auch. Ja, das ist... Das ist manchmal so die Hölle. Dann fragt man sich, wie soll ich denn so alt wie Oma und Opa, wenn ich jetzt schon so alt bin? Ich kenne das auch. Ja, ja. Ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die machen wir alle irgendwie. So, okay. Die Seite sieht super aus. Die Seite sieht super aus. Dann machen wir natürlich auch hier das natürlich auch. Und dann reicht das nicht mehr. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Plus 3 macht 8. Hoffe ich. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Es müsste 8 sein. Das ist doch einfachste Mathematik hier. Jo, dann gibt man nochmal die 6. Danke sehr. Hat das gleich richtig ausgerichtet? Ja, hat er gemacht. Das ist doch mal sehr erfreulich. So, dann wollen wir natürlich das Ganze auch hier raufhauen. Und damit haben wir auch diesen Zaun hier oben. Sauber. Ich habe mir schon einen Rollator gewünscht auf den Geburtstag. Okay. Ich würde gerne so ein Programm haben, welches die Games SAO und Ecke Wirt vereint. Ist das jetzt schlimm, wenn ich hier nicht weiß, was SAO und Ecke Wirt ist? SAO ist bestimmt eine Abkürzung. Und Ecke Wirt sagt man wirklich nichts. Hm. Beschreiben wir mal die Spiele. So, soweit ist schick. So, jetzt wollte ich gesagt, hier noch einen Trog oben haben. Ich muss mal gucken, ob ich hier Futter oder Trog hier finde. Äh, ja, haben wir. Was brauchen wir denn dazu? Holzstein brauchen wir dazu. Swords Art Online. Das klingt für mich nach einem Asia-MMO. Liege ich da richtig? Asia-MMO. Das ist irgendwie so eine Welt, an der ich nicht rankomme. So dieses Asia. Da komme ich irgendwie nicht so ran. Ich habe zwar, wie gesagt, sehr gerne Dark Souls gespielt. Aber da fällt, da haut dieses Asia nicht so extrem rein. Ähm. Ecke Wirt ist ein Anime-Manga. Ein Anime-Manga. Diese japanische Zeichentrick-Filme, wa? Oder sowas, wa? Äh. Habe ich schon mal gehört. Da gibt es so gelbe Hamster, die Blitze machen und so ein Zeug. Gelbe Hamster. Gut. Stein, habe ich gesagt, brauche ich. Dann brauche ich einen Trog. Äh. Das ist schon völlig genügend. Das ist völlig genügend. Gut. Bauen wir mal. Ich habe gesagt, Futtertrog. Ähm. Da haben wir auch. Gegenstand herstellen. Äh. Pikachu ist eine Elektromaus. Hashtag alternative Energiequelle. So, dann können wir hier schon mal auf die 6 hauen. Yeah, auf die 6 hauen. Ne, können wir nicht auf die 6 hauen, weil, äh. So, weil ich dann sonst nicht klettern kann, weil ich diesen Ausrichtungspunkt habe. So. Gut. Den Futtertrog, würde ich mal sagen, platzieren wir einfach mal freundlicherweise in der Ecke hier. Oder machen wir den hier einfach in der Mitte, dass er nicht am Rand ist. Glaub, das ist noch geiler, wenn wir das machen. Ich glaube, das ist auch Sinnführend, ne. Weil dann kann ich hier so parken. Wobei, wenn er am Rand ist, glaube ich, besser mit dem Parken. Äh. Wo, 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 wo ist dann die geilere Aussicht? Mal gucken, wie die geilere Aussicht ist. Hier ist der Tempel. Die Aussicht gefällt mir am wenigsten in die Richtung. Dann würde ich sagen, machen wir den Futtertrog hier hin. Also, einmal die sechs Futtertrog platziert. Machen wir das weg. So, jetzt müssen wir natürlich auch erstmal ein bisschen Fleisch besorgen. Das heißt, wir werden mal ein paar kleine Hasen ärgern. Oh, der will ein paar Hasen ärgern. Der Hexos ist so gemein. Das melde ich. Und zwar wen? Peter. Einschalten. Holztür verschlossen. Einschalten. Machen wir das so. Bevor das arme Ding da haupt haut. Jut. Ja, we got meat. Fresh meat. Ich weiß, ich könnte auch raufhauen mit der Axt, aber ich hab keinen Bock immer hin und her zu schalten. Also, kloppe ich ein paar Viecher mehr. Äh, die lieber nicht. Die gehen mir echt auf den Driss sonst. Äh, warum Hasen? Die geben nur Feld. Ab und zu geben sie auch Fleisch. Äh, in Ecke World, äh, da gibt es ein Game, wo die Zeit hundertmal schneller vergeht als im Real Life. Also, eine Stunde in Ecke World sind, äh, tausend Stunden im Real Life. Okay. Und da sagt man jetzt schon, die Zeit vergeht so unheimlich schnell. Mann, Mann, Mann. Wenn ich da noch Ecke World spielen würde, dann, dann, ähm, komm ich ja gar nicht mehr klar, hä? Hasi! Attach ich nur Fell. Hab mir mal gedacht, die würden Fleisch bringen. Hm. Sorry, hundert, äh, Stunden im Real Life. Ach, ich hab direkt hier sogar einen Flugsaurier erwischt, okay. Mann, mach ich ja mittlerweile einen Schaden. Meier Müller ist schädlich. Oh je, und das schon um die Uhrzeit. Das wird kein guter Tag, das wird kein guter Tag. Warum sollte der Tag auch gut werden, hä? Oh ja, das ist das dahinten. Was Kupfer, Clemens, la. Oh ja ja. Was – Un loaded interview, aber ich habe ein besonderes. Oh ja. Das hat, was kann man bed face, was man lord, lange Zeit noch Cup, Nossa. Wasgga kann network – wie Lives was für ein Jahrholt ist. Und jetzt auch alles,son kann man da angest juifiz. In das fellalar und auch so få er geht.